Musik Die sieben Steinhäuser sind eine Gruppe von fünf Großsteingräbern in der Lüneburger Heide bei Bergen in Niedersachsen. Es handelt sich um ca. 4800 Jahre alte Grabanlagen. Die exakt ausgerichteten Grabkammern aus Findlingen waren ursprünglich mit Erdhügeln bedeckt. Die Erdhügel erodierten im Laufe der Jahrtausende, sodass heute nur die steinernen Grabkammern sichtbar sind, die bereits um 1840 unter Schutz gestellt wurden. Die allgemeine Zugänglichkeit zu den sieben Steinhäusern ist stark eingeschränkt, da sie sich mitten auf dem Truppenübungsplatz Bergen-Hohne befinden. Bereits 1937 wurde die Anlage mit einem Wald zum Schutz vor Beschuss umgeben. 1958 wurden die Gräber noch mal einzeln mit mehrere Meter hohen Erdwellen zum Schutz vor Artilleriebeschuss eingefasst. Dadurch ging jedoch der Gesamteindruck der Anlage verloren. Die Bundeswehr ermöglicht an Wochenenden und Feiertagen den Besuch der Anlage über den Einlassposten Ostenholz, sofern keine militärischen Übungen stattfinden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020